Richard Lugner ist wegen eines Einrisses der Herzklappe im Wiener AKH operiert worden. Es war eine schwierige Operation, aber dank dem eingespielten Team der Kardiologie ist alles gut gegangen und ich bin wieder wohl auf, sagte der Baumeister am Mittwoch via einer WhatsApp-Nachricht. Am Donnerstag war ich noch bei der Premiere von My Fair Lady in Mörbisch. Am Freitag bin ich gleich in der Früh ins AKH gebracht worden, weil mein Einriss an einer Herzklappe sich vergrößert hat, so der Baumeister zur Krone. Dann erfolgte umgehend die Operation mittels Klippmethode über die Vene, mit der Eingriffe am Herz durch die Haut gemacht werden, statt den Körper aufzuschneiden. Das Team unter der Leitung von Professor Philipp Bartko hat dann mittels Sonde über die Vene zwei Klammern an die eingerissene Herzklappe gesetzt und sie damit stabilisiert, sagte Lugner. Schon seit einigen Wochen hat Richard Lugner mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der Society-Baumeister hatte sich, vermutlich bei einer Massage, einen Sprung im Lendenwirbel zugezogen und musste mehrfach mit der Rettung ins Spital gebracht werden. Sein Society-Comeback feierte der 91-Jährige schließlich in der letzten Woche bei der Premiere von My Fair Lady, zu der er im Rollstuhl kam.